So, kurze Aufklärung zur Bottom-Cap-Challenge, inszenierend, ins Leben gerufen von Jason Stedden. Viele glauben ja das, dass es Wirklichkeit ist, dass es korrekt und ehrlich abgeht. Nix! Aus meiner Sicht Fake News. Ja, hier ist die Flasche halb verschlossen. Ja, wenn der Drehkick kommt über den Rücken, angeblich kann man die Flasche aufdrehen. Geht natürlich fantastisch, wenn die Flasche nicht richtig zugedreht ist. Es ist die Flasche komplett verschlossen, richtig fest. Da geht auch gar nichts mit einem Kick. Da wette ich, 1000 Euro, das ist niemand schafft. Kein Großmeister, kein Zehnter da mit einem Drehkick, eine feste Flasche zu öffnen. Fake News.